Freunde, herzlich willkommen heute hier zu diesem neuen Video. Wir machen heute mal ein Community Schwarmwissen Video und zwar geht es heute um Outdoor Kopfkissen. Ich habe ja im letzten Vlog gefragt, ob ihr mir Kopfkissen empfehlen könnt und ich habe mir auch ein neues gekauft, zu dem wir dann gleich im Video kommen und es kamen sehr viele Empfehlungen rein und über die sprechen wir heute, denn ich denke, wenn jemand ein Kopfkissen sucht, dann ist dieses Video jetzt ideal dafür. Wir haben insgesamt neun Kopfkissen und die wurden von meiner Community empfohlen, also glaube ich auch, dass die was taugen. Ich habe sie mir grob angeschaut, finde die Auswahl sehr gut und da sprechen wir heute drüber. Ich fange mit dem ersten Kopfkissen an und das kommt von Benni D80. Schau mal nach dem hier Malvina Travel Reisekopfkissen von KubiVent. Habe ich mir angeschaut, relativ teuer, aber es ist auch ein Medizinprodukt und ich denke, es ist bestimmt eine gute Auswahl für jemand, der vielleicht gesundheitliche Probleme hat am Hals oder Nacken, kann sich da noch einen schönen Kopfbezug drüber ziehen und dann passt es. Gewicht und so weiter blende ich euch natürlich auch ein und werde auch die Produkte unten in der Videobeschreibung verlinken. Das zweite Kopfkissen kommt von Eric Fels 3606. Das MT 500 Outdoor Kopfkissen von Decathlon ist bequem und preisgünstig. Habe ich mir angeschaut, auf jeden Fall. Ist glaube ich zum Aufblasen gewesen und definitiv die Decathlon Produkte sind richtig gut und mein neues Kopfkissen ist auch von Decathlon. Das dritte Kopfkissen ist von Tremolo PK. Ich kann dir wärmstens das komprimierbare Kopfkissen von Thermarest empfehlen. Habe es mittlerweile seit circa zwei Jahren und kann echt nicht meckern. Mit dem Teil schlafe ich draußen am besten. PS, ich finde deine Aufnahmen und wie du deine Videos schneidest richtig gut. Weiter so. Danke fürs Feedback an der Stelle, danke für den Tipp. Natürlich sind die Thermarest Kissen auch richtig gut. Da gibt es eine Menge von denen. Die neueste Kollektion habe ich mir angeschaut mit einem coolen Topo-Design, auch ein bisschen grünen Oliv gehalten. Preis natürlich auch. Weiter oben angesiedelt. Aber eine gute Sache gibt es auch in verschiedenen Größen. SM und L. Und ja, ich werde mir auf jeden Fall auch noch ein anderes Kopfkissen anschauen. Mein neues, da sprechen wir gleich drüber. Und das Carinthia Reisekissen habe ich jetzt. Ich werde aber auch noch ein drittes mir anschaffen, was so einen Spagat dazwischen macht. Also nicht zu schwer, nicht zu leicht. Und das werde ich dann für mein Ultralight Setup nehmen, weil das neue Kissen schon relativ schwer geworden ist. Kommen wir zum nächsten Kissen von Triegel X. Dein Benzinkocher ist der Hammer. Danke an der Stelle. Der Rest auch. Denke, du lebst das. Zum Polster. Basic Nature Reisekissen. Geniales Teil. Abos draußen. Also Freunde, schaut euch auch gerne mal von Basic Nature die Reisekissen an. Sehen natürlich sehr Basic aus. Und es gibt auch ein schönes kariertes Muster. Wer drauf steht, richtig geil. Aber in Grau finde ich es schick. Und ja, wie gesagt, ist tatsächlich wirklich nur ein Basic Nature Reisekissen. Werde ich euch auch unten verlinken, wie gesagt. Und ja, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Kissen über. Denn es geht raus. Beim Thema Kopfkissen kann ich dir das Tracology Aluft Pillow 2.0 empfehlen. Das lässt sich an der Isomatte befestigen und rutscht nicht weg. Bequem ist es auch. Danke für den Tipp an der Stelle. Kenne ich gar nicht die Marke und habe es mir angeschaut. Und sieht auf jeden Fall für mich persönlich gewöhnungsbedürftig aus. Die Größe gefällt mir gut. Es ist schön klein, also auf dem Bild zumindest. Aber die Form des Kopfkissens weiß ich noch nicht. Wer noch Erfahrung damit hat, gerne posten. Es haben 16.464 Leute bewertet. Also scheint es wohl ein beliebtes Kopfkissen zu sein. Und für 18,99 Euro, denke ich, kann man auch nicht meckern. Und eventuell werde ich mir das auch anschauen, weil es ja, wie gesagt, relativ leicht ist. Und ich noch ein leichtes, bequemes Kopfkissen suche. Also die Mischung aus meinem Carinthia Reisekissen und dem, was ich jetzt habe. Kommen wir zum nächsten. Da schreibt Oliver Christ 9019, Empfehlung Kissen, Klein mit Luxe Pillow. Das ist eine super Mischung aus Komfort, Packmaß und Gewicht. Ist aufblasbar, aber hat eine saftige, saftige, ja, stoffartige Außenhülle. Ich liebe das Teil. Also schaut euch mal das Klein mit Luxe Pillow an. Soll auch gut sein. Und ich habe es mir hier abfotografiert. Sieht nach einer guten Mischung aus. Nicht zu fett, nicht zu klein. Und der Bezug sieht auch bequem aus. Allerdings der Preis mit 60 Euro für mich schon eine Hausnummer. Und ja, Klein mit halt ist halt hochwertige, ja, eine hochwertige Marke. Und die verlangen auch immer ganz gute Preise für ihre Sachen. Nächstes Kissen von Färb Gistar. Kopfkissen Empfehlung. Ich habe das Tavala Camping Kissen. Ist ein Ultraleicht Kissen mit Stoffbezug zum Aufblasen. Bin nach zwei Jahren noch immer sehr zufrieden damit. Das gibt es bei Amazon für 20 Euro. Richtig geiles Video wie immer. Und schöne Grüße aus Österreich. Danke fürs Feedback. Schauen wir uns mal an das Tavala Kissen. Ich habe es mir auch wieder abfotografiert. Größe gefällt mir schon mal gut. Bezug sieht auch bequem aus. Wie gesagt, 20 Euro kostet es. Und gibt es in schwarz-grau auch eine Idee für ein Outdoor-Reisekopfkissen. Wie gesagt, ich schaue mir bestimmt noch ein drittes oder viertes an. Also auch zum Anfassen. Die nächste Kopfkissen Empfehlung kommt von Simon Makatis. Als Kissen kann ich dir das Flextail Ultralight hier empfehlen. Hat er den Link reingeschickt. Den habe ich hier rauskopiert. Also das Flextail zum Aufblasen. Passt auch auf die Hand in Beige. Ob jetzt diese blaue Farbe da mit drin ist oder ob das nur eine Markierung in dem Bild ist, weiß ich nicht. Aber die Farbe an sich nicht schlecht. Sieht mir aber schon so ein bisschen nach einem alten Oma-Kopfkissen aus. Gefällt mir persönlich nicht so gut. Auf den ersten Blick müsste man sich live anschauen. Aber Flextail Gear, auf jeden Fall eine gute Marke. Haben sich einen Namen gemacht auf dem Markt. Auch vor allen Dingen wegen den kleinen handlichen Elektropumpen für die Isomatten. Und definitiv auch eine gute Marke. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Die letzte Kissen Empfehlung kommt von Twizynus. Wegen dem Kopfkissen komme ganz gut mit dem von Decathlon zurecht. Das größere mit Memory Foam. Und ich denke, damit ist auch mein neues Kopfkissen gemeint. Und zwar das Ultim Comfort von Decathlon. Ein richtig geiles Kopfkissen. Wiegt 600 Gramm. Also es ist schwer, aber auch groß. Und hat einen richtig geilen Memory-Schaum, der richtig bequem ist. Ich fand es halt geil, weil es schön braun ist. Die Rückseite so ein grau-blau. Und ja, ich habe mich Probe gelegt, also auf das Kopfkissen. Und muss sagen, das Ding ist richtig bequem. Und der Memory-Schaum äußerst bequem. Und es lässt sich halt richtig klein komprimieren. Also auch über dieses Packmaß von dem Sack hier hinaus. Könnt ihr hier so schön einrollen. Und dann könnt ihr es da in den Packsack stopfen. Und ich denke, wenn ihr euch noch einen komprimierbaren Packsack holt, dann kann man wirklich da noch das Ganze noch kleiner kriegen. Richtig geiles Kopfkissen. Habe ich mir, wie gesagt, bei Decathlon bestellt. War auch nicht besonders teuer, glaube ich. Preis habe ich jetzt nicht im Kopf. Schaut einfach unten in den Link. Aber das ist so aktuell jetzt mein neues Kopfkissen für so Touren wie letztens. Also Overnighter mit Multicam-Zelt mit ein bisschen schwerer Ausrüstung. Aber ich suche noch ein Kissen dazwischen, so zwischen 200-300 Gramm zum Aufblasen, was aber dennoch bequem ist. Mal gucken. Ich werde mich sicherlich für eins von denen, die ich jetzt aufgezählt habe, dann entscheiden und das mal ausprobieren. Aber das ist auf jeden Fall jetzt neu bei mir in der Ausrüstung. Ein richtig geiles Kopfkissen. Und ja, Freunde, das sollte eigentlich nur ein ganz kurzes Schwarmwissen-Community-Video werden. Können wir gerne öfter machen. Und dann baue ich eure Empfehlung auch mal in die Videos ein. Kommt so ein bisschen auch mehr Community-Gefühl auf, finde ich. Und denke ich, ist eine coole Sache. Hilft auch den anderen weiter, die eventuell neu hier auf dem Kanal sind. Und ja, ich dachte auch, das Video kann auch dazu beitragen, wie gesagt, für andere Leute ein geiles Kissen zu finden. Also, wenn euer Favoritenkissen noch nicht dabei war, schreibt eure Kissen auch gerne hier unter dieses Video in die Kommentare. Und jemand, der dann ein Kissen sucht, kann auch über den Videoinhalt hinaus unten in den Kommentaren vielleicht noch weitere Kissen finden. Und dann hat man hier am Ende richtig geile Kissen zusammengetragen, wie so ein Forum-Beitrag. Und ja, ist doch eine geile Sache. Also, Freunde, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Mein neues Kissen, Ultim Comfort von Decathlon. Richtig geiles Teil. Und wie gesagt, ich werde dann demnächst auf Tour auch noch ein leichteres haben. Mal sehen, welches das wird. Also, Freunde, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.